Okay, letzte für mich. Santa Monica, oh. Das ist eine tolle. Mit genügend Zeit kann jeder Mensch lernen, seinen Körper zu beherrschen. Mit genug Wissen kann jeder Mensch Weisheit erlangen. Der wahre Krieger ist in der Lage, beides zu meistern. Wir haben jeden Widerstand beseitigt und haben Kontrolle über die pazifischen Randgebiete. Jetzt müssen wir zuschlagen. Los Angeles ist das Zentrum der alliierten Propagandamaschinerie. Wenn wir ihre Produktionssteppen erobern, erlangen wir die Kontrolle über ihre Herzen und über ihren Geist. Dann haben sie keine andere Wahl, als sich unserem Willen zu beugen. Die Schlacht in Los Angeles nimmt ihren Anfang, Commander. Der Tenno will die Kontrolle über die amerikanischen Medienzentren, um seine Botschaft in aller Welt verbreiten zu können. Wir wollen Westwood und Beverly Hills und marschieren den ganzen Weg nach Hollywood. Ah, wenn sie einen bekannten Filmstar sehen, tun sie mir einen Gefallen, bevor sie ihn töten. Holen sie ein Autogramm für mich. Lässt sich das mit dem Autogramm einrichten? Medienhochbruch der Alliierten. Äh, wir müssen ihm... Äh, schießen, dann fragen. Ja, gut. Immer erst schießen und dann fragen, genau. Der Moment des Triumphes ist nah, Commander. Der Tenno hat es gesehen. Los Angeles muss fallen, weil seine Medienzentren fast die ganze Welt beeinflussen. Von der schwimmenden Inselfestung aus bombardieren sie den Strand, bis die Küste gesäubert ist. Neues Einsatzstil erreicht. Okay. Alles klar. Da hat man so ein schönes Backup. Sie haben ja vielleicht Nerven, amerikanischen Boden zu betreten. Ihnen ist wohl nicht klar, in welchen Schwierigkeiten sie jetzt sind. Hallo, Tanja. Kommander, gehen Sie sofort an Land und nehmen Sie die Stadt ein. Mein Plan wurde in Gang gesetzt. Ich dulde kein Versagen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Generator, Kahn, bereit. Neues Einsatzziel erhalten. Oh, mein komplettes Aufbau. Hier. Hier hat man mit dem Bereich sehr selten. Kommander, das steht immer alle. Bereite Kernstationierung vor. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Erfänger, die Kernbereit. Stationierungsort bestimmt. Erfänger, die Kernbereit. Erfänger, die neue Bauoptionen. Wenn es so verdammt schnell, wenn es darum geht, sich aufzubauen. Zumindest der Fernsehrefluss. Immer noch keine verbesserten Raketenmagazine. Oh, Mann. Ich geh auf Boden. Ich weiß nicht, Bodentruppen sollte ich mal gehen, die es macht. Hier, hier, hier sind Bodentruppen von Vorteil. Also ich rede vom Tanzdorn, ne? Ja. Ich, 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 ich klau mir hier sowieso wieder einen Bauhof von den Alliierten. Oh, was geliegt denn dann? Also, die Verteidigungsdrohnen sind nie schlecht, ansonsten mit letztes Geschwader und ehrenhafte Entlastung macht man auch seltenen Fehler. Ja. Ne, er ist auch Verteidigungsdrohner, wenn ich meine Panzerschützen kann, im Gefecht. Einheiten entdeckt. Und zu reichen, hier ist der Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Rum und Ehre, dem Kaiser. Die hene, dem Kaiser. Sie müssen untergehen. Dann noch Verteidigung aufmachen. Ne, wir haben ja schon fast das komplette Arsenal zur Verfügung. Dann brauchen wir mal hier einen Verteidigungspunkt auf. Ach, das ist Yuriko hier, okay. Keine Sorge wegen der Abwehrsysteme, Commander. Eben gerade hat der Tenno Ihnen ein Geschenk gemacht. Die Energiewellenartillerie. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, Angriffe zu führen, aus großer Distanz. Oh. Ja, Energiewellenartillerie. Ausbildung. Nice. Zu wenig AG ist super. Ich sollte immer wieder doch mal ein Kraftwerk bauen. Ach so, geht das ja schnell. Upgrade abgeschlossen. Und dann werden wir jetzt so ein Panzer. Geld. Moment mal, wenn wir Energiewellen... Oh, wir dürfen sogar Turmkerne bauen, net? Ja, hab ich schon gesehen. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Und Nanoschwamm-Kerne sind auch mit dabei. Zum Geier macht mein Geschütz da. Da ist die... Das EA Los Angeles. Wo ist EA Los Angeles? Ja, wir. Müssen wir auf jeden Fall zerstören. So, damit denke ich, mein Geschütz aufhört, andere Sachen anzugreifen, außer das, was er angreifen soll. Die alliierte Basis, die zwischen uns ist, die, äh, lässt du bitte mir, weil ich will den Bauhof von denen haben. Ja, nee, ist klar. Feindliche Einheiten entdeckt. Ach, da oben haben wir da oben eine Basis in den Bergen. Weh noch? Hm, was? Da oben in den Bergen eine Basis? Ich meine ja. Ich scoute mal. Ja, hier ist eine Basis. Unser Verbündeter wird angegriffen. Nanocam wird angegriffen, das ist schon mal gut. Loll, der hat alle überrollt. Geil. Nanocam können überrollen, ja. So, Mac-Plattform-Durchbruch ist auch schon am Machen. Wir verteidigen den Codex, kampfbereit. Ja, ja, nicht schlapp machen. Zerstören Sie die Langstreckenwaffe, die die Amerikaner im Observatorium auf dem Bügel verstecken. Neues Bonusziel erhalten. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ehrenhafte Entlassung autorisieren. Was stimmt nicht mit diesem Observatorium? Entdeckt. Ich lage jeden Pfeil. Na, wo bist du denn denn, du kleiner Panzer? Du hast doch grad meinen... Feindliche Einheiten entdeckt. Oh. In einem Gebäude schaffen es Sternpanzerknacker, äh, die Multigunner auszu- zu outrangen. Nice. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Gehe hier in voller Reichweite. Sie werden sich ergeben. So, noch ein bisschen Geld sparen. Oh, fuck. Gut, das sind jetzt so viele. Okay. Mal schauen, ob er da schon hinkommt. Feindliche Einheiten entdeckt. Jetzt ist alles bereit. Eine gute Position hier. Der Riesen hat er gerade wieder. Unverreichende Mittel. Ich muss dazu sagen, wenn ich schon lange her, dass ich die... ...letzt mal gefühlt habe, ja. Von, sehr lange. Neue Bauoptionen. Unser Bauhof wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, wohl. Komm her, mein kleiner Bauhof. Roger. Komm her, komm her, komm her, komm her. Du bist gleich in Sicherheit. Ja, wohl. Unzureichende Mittel. Zeigen Sie mir meine Beute. Sollen wir den einnehmen oder zerstören, das Ding? Dann ohne. Neue Bauoptionen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Steht immer dran, wenn du auf die Pfeile klickst, steht immer dran, was die Mission ist. Okay. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Repariert. Dann bauen wir mal eine kleine Alliierten-Base noch mit auf. Ich habe hier ein paar Energiewellenartillerien. Den Rest von dem Stützpunkt können wir nicht jetzt zerstören. Zeigen Sie mir meine Beute. Ja, nee. Da. Das war eigentlich schon da. EA Lost Engine, das geht jetzt erst mal kaputt. Die Schlechtvergnügung. So, das verhöhnt alles, was der Geno am Rampen von Yokohama liebt, zerstören wir. Neues Bonusziel erhalten. Feindliche Einheiten entdeckt. Wenn sie jagst den Krieg, dann muss sie es verhören. Ok, ich darf es nicht verhören. Nein, das ist eine Sprachvergnアmung. Dann benutze ich also. Wremse Bonusziel verhören. Ja, in der ZeitAC, okay wir haben alle handset die Chance gehört, die Schlechtvergnäfte auf эту reing. Das ist eine Einheit, das ist eine 음führend folgt, Also ich bin ja eher ein größerer Fan von den Alliiertenkanzern. Ja, die Alliiertenkanzer mag ich auch lieber, deswegen hole ich sie mir jetzt. Einen Bauhof habe ich schon. So, ich haue ihn jetzt nur da hinten auf, damit ich deine Erzrafenerie nicht verschwenden muss. So. Ich bin heute euer Ingenieur. Feindliches Gebäude erobert. Unser Schutzpunkt wird angegriffen. Zeigen Sie mir meine Beute. Hier lassen. Vorher. Eine Einheit wird ausgerissen. Hier, wie ihr da seid. Einheit verloben. Einheit wird einheit und entdeckt. Hier lassen. Wir regeln das schon. Los. Oh. Oh. Ja, gut. Das erklärt das Ganze natürlich. Und sag mal, Bundeswehr wird angegriffen. Ich schau mal, ob ich die Basis da unten mal zerstören kann. Eine Einheit wird angegriffen. Was brauchen Sie? Feuer! Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Unser Bauhof wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Vielleicht komme ich ja jetzt endlich mal dazu, hier was zu machen. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Ziel wählen. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Hast du ein paar Luxabwehr-Dinger? Noch nicht, aber gleich. Letztes Geschwader bereit. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ich war auf meinem Bereich. Womodär, dem Kaiser. Tod in der Waren. Feindliche Einheiten entdeckt. Ne, mir reicht erst mal einer. Boah, was kommen die denn da jetzt? Ein Sammler wird angegriffen. Wir haben einen Sammler verloren. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ziel wählen. Unser Schutzgrund hat angegriffen. Unser Röntger wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Oh, Moment. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Okay, ich muss definitiv ein bisschen mehr Einheiten reinhauen. Ein Konusziel erreicht. Building of health. Don't kill me. Der letzte Atemzug. Feindlicher Sitzpunkt entdeckt. Wo ist gebaut? Ziel wählen. Gelegen Sie. Wer will uns stoppen. Ich war spazieren. Los, wir hätten sie. Wer will uns stoppen. Eine Einheit wird angegriffen. Wer jemand ärgerst? Vorwehr. Bau abgeschlossen. Kein Ecke Einheiten entdeckt. Vorwehr. 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 Wenn die Kälte wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit verloren. Feindlicher Sitzpunkt entdeckt. Unzureichende Mittel. Neue Bauoptionen. Eine Einheit wird angegriffen. Feuer frei! Was? Feindliche Einheiten entdeckt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Unterstützpunkt wird angegriffen. Der Panzer der Platte upgrade automatisiert. Ich schicke euch in handlichen Portionen nach Japan zurück. Kein Ecke wird angegriffen. Ich bin nicht weiter bereit. Unzureichende Mittel. Wo ist denn Tanja? Wir suchen nach einem blauen Totenkopf auf der Karte und du weißt es. Wenn du keinen blauen Totenkopf siehst, dann ist es erstmal gut. Wenn auch nur ein bluter blauer Totenkopf in der Nähe von meinem Fahrzeug auftaucht, dann ist es ja nötig. Wir suchen nach einem blauen Totenkopf in der Nähe von meinem Fahrzeug auftaucht, dann ist es ja nötig. Angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einheit Verloben. Hat er keine enge AG mehr? Jo. Feindliche Einheiten entdeckt. Ah, die Luftwaffenbasis da unten würde ich ihn langsam mal kaputt machen. Okay. Ich hole uns ein bisschen Mami, da er ja kein enger AG mehr hat. Ja, er hat meinen Kraftwerk infiltriert. Wird gebaut. Wer wollte einen mehr an? Ja. 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 Ja, wir müssen jetzt glaub ich nur noch das Zeug besetzen. Das heißt, ah, der hat mir mein Ding kaputt gemacht. Dein Ding? Unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Eine Kassiale. Ich hab doch gesagt, du sollst da oben dich enthalten. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Transporter auf dem Weg. Unzureichende Mittel. Abgebrochen. Irgendwelche Kettbrocken. Oh. So geht's auch, ne? Ne Ärzte finde ich halt immer aufgeregt, ohne dass ich's gemerkt hab. Boah, du Sch... Das ist so ein dummes Fahrzeug, ey. Äh, hast du eigentlich schon die EA kaputt gemacht? Ja, das hab ich schon kaputt gemacht. Womit ich hab kein Kommentar gehört. Es gibt doch kein Kommentar, der jetzt kaputt geht. Achso. Du hast nur ein Alarm, wo zwei rein wahrscheinlich. So. Das war der letzte Jäger. Nein. Das hab ich ohnehin nicht. Warte mit den Aroba noch. Ich will doch hier ein persönliches Team dafür. Okay, ja, ich mach da mal das Bonus-Ziel hier oben. Reisebüte steht fest. Rechten wir auf. AFW erwartet Befehle. Ich stimme zu. Unzureichende Mittel. Jetzt. Bin hier, falls Sie mich brauchen. Feindliches Gebäude erobert. Bonus-Ziel erreicht. Reparatur gefällig? Ich nehme die Pläne an. Ich bin euch weg. Rechten wir auf. Unzureichende Mittel. Ausbildung. Unterbrochen. Abgebrochen. Warte, eine richtige Hand bereit. Platz vor Führer. Zielpunkt verfasst. Feindliches Gebäude erobert. Ein Medienzentrum wurde erobert. Ab sofort sendet es nur noch unsere Propaganda. Yay, Propaganda. Allzeit bereit. Okay. Ich bin frei gescheitert. Es kann nicht im Dienst fahren. Wir müssen Geduld haben. Bau abgeflossen. Ich stimme in Sie. Unter welcher Erd. So, da ist ein Golfplatz. Der hat aber ne Menge Sandbunker. Hm? Wo? Hier in der Mitte von der Karte. Da kommt der in einem Luftbau. Das ist eindeutig ein Golfplatz. Nee, dass so viele ganz Sandbunker da sind. Das meine ich. Ich meine, ich sehe ja sogar nicht wird. Aber die Flaggen für die Löcher. So. Hast du dein persönliches Ziel erreicht? Ja. Okay. Es ist jetzt soweit. Ich bin hier, Mann. Dieses Geld ist das Gebäude erobert. Alle Medienzentren der Alliierten wurden erobert. Einsatzziel erreicht. Das war's. So. Okay. Das war's. Heute. Okay. Haben wir zumindest drei Missionen mal wieder gemacht. Das nächste Mal können wir die letzten drei noch machen. Ja. Da haben wir noch Yokohama, Moskau und Amsterdam. Amsterdam? Ja, Amsterdam ist die letzte. Okay. Okay. Das ist die schwerste. Wobei wir in den nächsten sowohl gegen Sowjets als auch gegen Alliierte kämpfen müssen. Ich dachte, die Sowjets haben jetzt schon platt gemacht. Nee, die sind noch am Leben und in Moskau machen wir sie platt. Okay. Wir kommen da auch ein guter alter Freund wieder. Aber gut. Wir beenden jetzt hier erstmal die Aufnahme und wir machen dann beim nächsten Mal. Also, ich geh mal davon aus, dass wir nächstes Mal einfach fertig machen. Also, bis dahin. Hier. Macht's gut.